Ich bin einfach so entlastig, sehe aus wie ein männlicher Rex. Du bist einfach ein neuer Spiel vom Rex. Ja. Du kannst mal den Baum finden. Voll am stolzieren, Mann. Boah, seid ihr behindert? Ich bin nur nicht weiter hinten offen. Also schön, dass du mal eingesend bist. Ja, für ein Riesen-Admin. Ich schlafen. Schlafen macht das Kocou den Schlafen. Alter, das hört sich an wie so eine Bärenfalle. Ja. Paul, da werde ich von zwei Subrexeln umzingeln. Alter, ich helfe dich, helfe dich. Mann, du müsstest jetzt mit uns singeln. Never. Das ist ein richtiger Kacklappen, oder? Ja. Ja, wir müssen zusammenhalten. Warum nennst du den Kacklappen? Wer hat wen gebissen? Er hat mich gebissen. Nein. Geh mal weg! Du Lappen. Ja, Lappen. Geh doch mal weg! Wer ist hier Lappen, ey? Mach euch gleich beide Kalle hier. Was soll er? Was ist das? Nein, Rexi, du isst richtig. Alter. Halle, Paul. Ritgedeppt. Aber dann kommt jetzt ein Krieger auf uns zu. Ja, ne? Den können wir alle decken. Oh, die Mongos hier werden als erstes sterben. Stimmt. Wer ist hier Mongo? Hast du mich Mongo genannt? Hallo! Ich bin jetzt nicht Spitzkopf, ne? Amen, na gut, Alter. Hast du mich Lappen genannt, ey? Lappen, Kinder. Paul. Weißt du was? Meine Mama kriegt mir was Besonderes. Das war Ziff, ne? Und sie völlig flaschen da nur hoch. Mann. Boah, ich komme nochmal zurück, ey. Ich glaube, ich muss nochmal zurückgehen. Ja, verstanden. Ja, verstanden. Ja, verstanden. Jetzt ausweiten. Mal gucken, wer als erstes ausweicht. Hilfe, Bruder! Ich weiß schon, dass sie nur mit dem Neuen ist. Ihr seid ja doof. Das dauert jetzt ewig. Hab ich gehört. Your red friends have some sort of like... Stehst du hier auf der Wiese? Ja. Okay. Ich reloge gerade. Julia, sie haben Patscha auch gekillt. Oh, ich hasse es. Hier, hier, hier. Das ist tot. Ich hab's umgebracht. Vor dir? Ja, hier. Oh, ja. Danke. Ja, ja. Michi wollte sie jetzt. Ja, ja. Das ist voll useful. Ja. Bitte jag du jetzt immer meine AI. Hier ist euer Mann. Der kleine Pisser. Der kleine Pisser. Der kleine Pisser. Eigentlich, ne? So ein bisschen Schwanz, ne? Guck mal her. Julia, bleib stehen, bleib stehen. Sag mal nicht voll. Guck mal her. Ich mach dir einen Ameisenhaufen. Extra nur für dich. Einen Ameisenhaufen. Warte, wir müssen alle einen machen. Ah, nein, nein, es ist doch kaputt. Oh, das Nest ist jetzt. Die sind so schöne Ameisenhaufen. Okay, dann war's doch von dem Winter. Ja. Jetzt musst du noch eins machen. Ich mach auch eins. In der Mitte. Du musst... Dein Kopf macht das nicht. Ja, da hast du ja was zu tun. Ja. Ja, ja. Wenn wir kommen, bin ich zusammen, nur zu fliegen, die müssen wir weiter. Liegst noch wie so ein Boss. Unser kleiner Minivan. Ja. Riechst du was? Ich habe nur einen Ohr, aber ich habe nur einen Ohr. Ich habe nur einen Ohr. Oh nein, da ist ein Parra auf der Seite. Ja. Da. Ja, da ist es. Oh, da sind... Drei Parra. Ich habe... Oh, die kriegen wir... Die kriegen wir es nicht weg. Der eine blutet da, ne? Ja. Da ist, glaub ich, hat irgendwas gestorben. War das ein... Der Dedi? Parra? Ich greife den hier an. Der ist ja blutet schon. Einen haben wir. Einen haben wir. Er fress erstmal, fress erstmal. Da ist... Da ist der Drür. Da ist auch der Galli. Äh... Oh Gott, was ist denn da? Vier was? Die Alpen? Ja, wir haben noch zwei... Paaren. Ich will ganz ehrlich nicht sterben. Ich weiß nicht von mir. Ich will nicht einfach weggehen. Es ist ein bisschen böse zu schnell. Wollen die angreifen? Ja, ein Krieghaal. Sollen wir, sollen wir angreifen? Ja, okay. Dann fällt Wahnsinn. Naja. Ich kann das machen, aber nicht. Sei euch. Ihr Scheißer, du kriegst uns alleine hier. Aber hier bei den Kleinen. Ne, sind zu schnell. Wahrscheinlich. Ich glaub, wir haben das Stamina, oder? Haben sie auch. Ich kann die Babel essen. Die wollen mich ärgern. Oh, komm zurück. Wir können hier noch die Rüppchen essen. Oh, die greifen an! Die greifen an! Lass sie zu mir! Lass sie zu mir! Ich versuch mich immer in der Panne zu verstecken. Lass sie mich runter. Kein Bonebrake? Mach keinen Bonebrake! Oder hast du den? Nein, nein, ich hab den keinen. 70% Chance an meinem Beinen. Bonebrake ist der eine. Der eine ist, glaub ich... Einer ist tot. Der eine ist tot. Den dritten hol ich, ne? Da war noch ein Gully, ne? Den dritten hab ich. Da waren so zwei Gully's. Da war ein Baby-Gully und ein Adult-Gully. Alle tot. Alle tot. Die Gully's, äh, ignoriere ich. Die Gully's ignoriere ich. Die Gully's, die Gully's sind. Und dann doch so schön am Wasser, geil. Ja. Also jetzt sollen wir erst mal essen. Perfekt. Und, wie ist das Rex-Leben so? Das war jetzt meine erste Rex hier. Das hat Spaß, keine? Hinter dir, hinter dir. Hinter dir, die Gully. Ich hab keine Stamina. Ne, 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 leg dich wieder hin. Vielleicht hat er mich nicht gesehen, ne? Ja, 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 genau. Geh du. Versuch mal, auf der anderen Seite den rüber zu locken. Nur Julia muss jetzt auch passen, ne? Mit den Gully's. Ja, ne? Oh, es wird wieder Nacht. Und dann treffen wir uns hier weg. Ah, schlecht, 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 schlecht. Ach, nicht an! Wie sind denn die Paras? Warum legen die sich denn? Da waren alle. Den einen, den einen. Der kommt, der Gully kommt! Geh weg da! Nein! Komm her, Julia! Komm her! Komm her! Also, den Baby Gully hab ich auch geholt. Den Baby Gully hab ich auch geholt. Ja, der Wechsel. Da ist der andere Adult Rex. Da ist der andere Adult Rex. Oh, shit. Ich bin noch ein... Ich hab ersten... Also, ersten Screen. Das ist halt nichts, aber... Die sind einfach... Ihr kommt gerade klar, oder? Oder seht ihr den Rex gerade? Ich weiß nicht, ob das... Kommt der! Kommt der! Ich kann nicht da rein! Jetzt! Jetzt! Hab hier den Klappen einmal gebissen. Aber ich hab keinen... Ich hab Bonebrake. Boah, der ist so dran jetzt. Zum Glück hat er mich nicht erwischt, ey. Ich hab halt nur so Rex-Froppton und irgendwas. Bonebrake? Das ist auch... Das ist super. Hast du Bonebrake oder er? Wir beide. Dann S-Rider ihn. Ich rede ich im Kreis. Immer schön am Arsch kleben. Du sterb nicht. Er hat einen Biss von mir schon geprägt. Da vielleicht zehn. Das ist ein süßes Rand, oder? Letzter Screen. Drei Lied. Geil. Aber er ist tot. Er ist tot. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Leg dich hin. Leg dich hin. Du bist ein Rex. Du heilst und liegen 600 HP. Aber letzter Screen. Drei Lied. Wenn er nicht... Ja, ja. Du heilst keine HP während du gut bist. Richtig? Nö. Oh. Das wird spannend. Oder das war... Die gehörten bestimmt zusammen. Also die Paras. Und der Rex wollte dann rächen. Das kann auch sein. Natürlich. Ich hatte dann der eine Parabonet. Stimmt. Der wird ja angegriffen. Ja, okay. Aber warum ist der weggegangen? Das war ein Lockvogel. Oh, das ist ja... Oh, wir sind drauf eingefallen. Naja, er ist tot. Alles im Tod. Ich hab sogar noch den einen Baby Gully bekommen. Aber deswegen sind die Paras auch nochmal zurückgekommen. Ja, deswegen sind die Paras nochmal zurückgekommen. Genau. Genau. Weil das war sehr, sehr komisch. Ja, also wenn das wirklich eine Falle war, dann war das echt nicht gemacht. Was ich wirklich schon glaube, ne? Nein. Ja, der hat der Rex den einen Parra absichtlich gebissen, damit er so sicher hat sich auch... Weil der... Genau. Der ist nicht weggegangen und so. Die haben mich ja gesehen. Wenn der Parra einmal gebissen wird von dem Rex und Bonebake, hat dann eigentlich einen Kommen. Und der Rex geht nicht einfach weg und lässt dann mit Bonebake. Sondern das gibt so viele Parra in der Nähe. Da muss er einfach noch gehen. Oh, zum Glück hab ich noch ein bisschen von den Leichen gegessen. Ihr seid auch alle voll gegessen? Ja. Ja. Das ist echt schade. Wir hatten so viel zu essen. Ich bräuchte nur einen da. Ich bräuchte nur einen da. Ich bräuchte nur einen da. Bei mir bin ich... Das Licht hat sich ein bisschen verändert von meiner Karte. Ach so, oh, okay. So ist die Karte, wenn ihr jetzt steht, ey. Ich verstehe, glaube ich. Sie hat es schon mal überlegt, wie soll sie jetzt... Ey, ich blühte nicht mehr. Oh mein Gott. Ich hab echt mal Schiss, dass es wirklich irgendwie ein Bug ist. Das jetzt wirklich stirbt. Ich hab das so magstig. Oh, der war auch nicht so. Warte, warte, warte.